Schönen guten Abend, meine Follow-Schweinchen und Abo-Entchen. Und Hallöchen, meine Pipolinos. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Es ist 20.29 Uhr. Wir nehmen sehr früh auf. Wir nehmen sehr früh auf. Es ist Montag, der 2.2.2015. Prost Neues, würde ich schon mal sagen. Ja, Prost Neues in zwei Monaten zu spät. Ja, wir waren leider nicht hier. Aber wieder aus den typischen Gründen Stress in der Schule, Stress auf der Arbeit, Stress bei allem. Und ja, wir haben wirklich die letzten Monate, unser Kanal wird ziemlich vernachlässigt. Deswegen auch nochmal ein ehrliches Entschuldigung. Ein ehrliches, ein gelogenes. Es tut mir leid. Nein, aber es tut uns wirklich leid. Ja, wir wollten eigentlich auch aufnehmen. Das ist ziemlich sarkastisch, Entschuldigung. Nee, wir wollten auch aufnehmen, aber wir haben echt da keine Zeit zugefunden, weil ich immer noch in meiner Ausbildung. Nebenbei natürlich auch, ja, man kann es als Abschlussarbeitende ansehen, Praxisberichte. Na, na, jetzt FSJ immer noch am Arbeiten. Kinder-FDW. Ja, ein Grins. Und auch nebenbei auch auf Jobsuche. Und also sagen wir einfach mal, 2014 war wirklich nicht unser Jahr. Echt nicht. Also ganz und gar nicht. Also sowohl von der Zeit her, als vom Stress, als von anderen Problemen, über die wir jetzt lieber nicht reden, weil das Video sonst schon wieder viel zu lang wird. Die Katze muckt rum. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt nach einer Weile, ich glaube, dass die Diskussion war jetzt so am... Hallo? Die Diskussion war jetzt zwischen Anna und mir schon seit ein paar Wochen, dass wir dann endlich mal wieder aufnehmen wollen. Einfach auch, weil man dieses Verlangen hat nach dem Motto, so ich will was aufnehmen. Und... Alter, die Katze. Und es ist einfach so, man hat dieses Gefühl, man will was aufnehmen, aber man weiß, man hat nicht die Zeit dafür. Und deswegen haben wir uns jetzt gesagt, nö, wir haben da jetzt keinen Bock drauf, wir wollen was aufnehmen. Und egal was kommt, wir haben jetzt uns fest vorgenommen, jeden Montag, das ist dann unser Macher-Montag, der Macher-Montag, da machen wir halt, was sie mich aufnehmen. Und wir werden dann halt zusehen, dass wir das dann die Woche über hochladen. Und dass wir das auch wirklich, wirklich durchziehen. Ja, wir wollen uns entgegenseitig slatten und so, damit das dann funktioniert. Und... Och, Katze. Jetzt hat sich May natürlich genau auf die Stichpunkte raufgelegt, das ist natürlich klasse, aber es geht schon. Nee, auf jeden Fall haben wir uns da dann halt vorgenommen, dass wir ab jetzt wieder aufnehmen und regelmäßig hoffentlich hochladen. Erstmal weitermachen mit Kingdom Hearts, dass wir erstmal wieder so langsam reinkommen. Und... Und... Und dass wir halt, ja, euch immer wieder was bieten können, weil wir haben mal auf unseren Account geguckt, da sind immer noch die ganzen Abonnenten hier. Und wir laden einfach nichts hoch. Ihr müsst euch auch irgendwie verarscht vorkommen. Und das ist... Ja, wie gesagt, es tut uns einfach leid, und wir versuchen einfach jetzt dieses Jahr da wieder reinzukommen, ordentlich was hochzuladen und mal gucken, was wir daraus machen können, ne? Ja. Äh, Katze, kann ich mal kurz eine Foto annehmen? Danke. Also, hier steht auch noch, also dazu, dass wir nicht nur den Video... Also bei den Videos bleiben, so Kingdom Hearts. Was auch kommen möge, wie sind wir noch nicht so weit? So weit zumindest noch nicht so. Ähm. Ist ein Planung, Leute. Ist ein Planung, Leute. Ich bin zwar noch nicht groß, aber es ist ein Planung. Oh. Ähm. Die Kamera so... Oh mein, ey. Guck mal auf die Kamera. Grins. Nee. Ähm. Es ist einfach jetzt so, dass wir nach den... oder zu den Videos... Kingdom Hearts und... Dass wir vielleicht noch eventuelle Extras dazu bringen wollten. Also vielleicht mal, wenn wir mal ganz geschickt sind, äh, vielleicht mal eine Runde Läu mit aufnehmen können mit so, äh... Also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also ich würde gerne das mit Cam machen, weil ich mich gerne selber so enraged sehe. Und ich bin zwar nicht so der Cam-Typi, aber ich würde es grundsätzlich gerne mal aufnehmen. Wir sind zwar nicht wirklich die Besten in League of Legends. Echt nicht. Aber, äh, wäre auf jeden Fall mal eine lustige Idee. Und wer weiß, vielleicht möchte einer von euch ja mal mitspielen. Vielleicht haben wir euch dann ja auch in der Liste. Falls ihr mal... Vielleicht haben wir euch in der Liste. Ich bin zweifelig. Wenn nicht, wenn nicht, sagt einfach unter dem Video Bescheid und dann werden wir vielleicht mal in einem kommenden Vlog unsere League of Legends Namen rausgeben. Wenn ihr denn Bock habt mitzuspielen, beziehungsweise wenn ihr denn vorher Bescheid gesagt habt, wer ihr seid, weil... Fäcker! Okay. Das ist gut. Auf jeden Fall sagt dann mal Bescheid, weil es gibt einige von euch, ein paar von euch, da weiß ich ja, ihr spielt gerne League of Legends und wenn ihr denn mal Bock auf sowas hättet, sagt ihr Bescheid und dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir ja mal was hin. Naja, und außerdem wäre das mal ein bisschen... Was anderes. Ja, was anderes einerseits und andererseits, dass wir mal ein bisschen was mit euch machen. Weil ich meine, okay, einige von euch, die sehe ich zwischendurch auf Twitter. Manche sehen uns auch, wenn Shadow mal streamt oder so. Alle die sehen. Ja, sehen, hören mehr. Ja, sehen. So als Zuschauer. Sehen das Spiel, aber hören dann sie. Ja, meistens. Größtenteils. Ich bin einfach nur ein Quattel. Nee, aber auf jeden Fall. Denn auch im Chat, denn weiß was ich. Oder mal auf Steam, keine Ahnung. Irgendwo auf jeden Fall. Und dann wäre das einfach mal ein bisschen, dass wir auch mal was mit euch machen können. Mit euch? Ja, mit euch. Ja, hier, hier. Und ja, ich denke mal, ich glaube, das würde sowohl euch als auch uns Spaß machen. Und einfach nur mal um was gemeinsam zu tun. Bisschen Connection. Ja, Connection. Hier gucken. Oh Gott. Du hast auch wieder die Aufmerksamkeitsspanne. Also. Aufmerksamkeitsspanne. Also ihr seht sie zwar jetzt gerade nicht, aber May sitzt gerade. Oh doch, da seht ihr ihr Ohr. Da, warte mal. Da. Leckt mich. So, so hast du jetzt gerade ungefähr geguckt. Oh mein Gott, jetzt kriegst du jemanden. Die Katze ist sowas. Die Katze ist sowas von Kamerageil. Also das ist. Mein Baby. Also naja. Ja. Auf jeden Fall, falls ihr da mal Interesse habt, sagt mal Bescheid. Vielleicht habt ihr auch Ideen irgendwie für andere kleine Sachen, die wir mal machen können. Ja, also außerdem, also ich habe mir so gedacht. Ich weiß ja nicht, ob du das willst. Aber, dass wir dann vielleicht mal, also ich verstehe ja sowieso auch so, ich bin so ein Vlog-Kind. Und alleine wegen dieses Bratzen. Und ja, ich würde gerne mehr Vlogs machen. Alleine, der schön Katze, nimm den Kopf runter. Ich kann nicht sehen. Und, also alleine Vlogs, Special-Videos. Also ich würde ja sowieso, wenn man denn dieses Leute-Ding machen würde, würde ich echt so Split-Screen machen. Das habe ich jetzt perfekt in der Mitte gesetzt. Ja, genau. So. Und. So, und. Du machst die Kamera unscharf, Nala. Gleich nicht aus. Ähm. Und. Und ja. Dann würde ich das. Also ich, wie, wie macht das bestimmt gerne. Ähm. Aber ich würde das. Ja, dieses. Ich weiß nicht mehr, ob ich das hinkriege. Ich probiere es, ja? Ja, wenn jemand von euch Ahnung hat, das wäre richtig nice, wenn man also irgendwie ein Programm oder irgendwie sowas in der Art. Weil, dann würde ich nämlich gerne auch nehmen, weil ich freib's nämlich auch auf meinem PC. Ob mein Rechner dabei abscheißt, weiß ich nicht. Und, ähm. Wir probieren einfach mal. Notfalls fragen wir die Konfi. Also, wir kriegen das schon irgendwie hin, liebe Leute. Und, ja. Wir werden mal gucken. Ja. Auf jeden Fall. Weil, ähm, falls ihr auch noch irgendwelche Fragen an uns habt, mögen das irgendwie... Was? Was war das? Das war deine Fanta-Flasche. Ja. Ähm. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, egal ob das jetzt betreffend auf irgendwelche Projekte, über uns, über irgendwas anderes ist, könnt ihr gerne jederzeit oder die Videos irgendwas schreiben. Wir lesen mich ständig die Kommentare. Ihr seid ja nämlich zufrieden. Und dann sehen wir jetzt dementsprechend jetzt wieder Unsinn. Yay. Das war schlecht. Sehr schlecht. Also, gut. Ähm. Bisschen besser. Dann werden wir auch zusehen, dass wir die dementsprechend beantwortet bekommen. Vielleicht auch in einem Vlog-Video. Einfach mal so, hey, wir haben ein paar Fragen bekommen. Ja, die sammeln wir. Und dann sammeln wir so speziell. Die kleine Eichmännchen. Und dann werden wir mal gucken, dass die dann auch beantwortet werden. Äh, ja. So. Ja. Ansonsten war das eigentlich schon ein Lass. Wir leben wieder. Hurra. Hoffentlich ich jetzt auch mal für länger. Und das ist nicht die Schule, wie ihr mobbt oder so. Bei mir mobbt die Schule eh nicht. Mobbt. Ich arbeitsteam. Ja, du kriegst auch Geld. Ja, ich krieg die Manese. 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 Blankmanese. 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 Nein, okay. Ja, und das hast du auch Hals, Maul. Hals, Maul. Ich bin freundlich. May guckt uns immer an nach dem Motto so, Alter, ihr seid so scheißenbehindert. Was macht ihr? Peinlich. Oh. Und heupatschig. Und heupatschig. I know my baby. May hat keinen Bock. Ich hasse diese Welt. Und ich hasse euch. Dich und dich und dich und meine Mutti. Das Lustige ist, May stört das nicht mal. Also irgendwie, keine Ahnung, sie sitzt hier jetzt und denkt sich so, ja. Ja, jetzt sitzt sie sich wieder hin und denkt sich, schön. Das ist auch so ein Wurm. May ist jetzt die offizielle Let's Player Katze. Siehst du eine Art Grumpy Cat plus ein Fabulous irgendwie so. Und dass sie nicht so grumpy guckt. Lady Delicious ist das. Nein. Weil sie stinkt. Sie stinkt echt. Ohne Witz. Nach Watte. Nach Watte. Und keine Ahnung. Egal. Stinkt sie. Egal. Jetzt mal von der Katze weg. Katze vom Schreibtisch. Nee, ist echt so. Wir wollen denn jetzt einfach mal zusehen, dass wir diesen Kanal ein bisschen aufpolieren. Was ich auch mal so als Überlegung hatte, dass ich mich mal vielleicht an ein neues Profilbild ransetze, beziehungsweise Kanalhintergrund. Dass ich da einfach mal ein bisschen was zeichne. Ja, hatte ich vor. So einfach mal so. Alleine du. Ja, du kannst so ein Bild aus dem Internet picken. Nein, wenn schon selber gemalt. Natürlich. Ich kann nicht mehr malen am Rechner. Ja, ich schon. Ich nicht. Und von dir will ich kein Bild dahin haben. Okay. Das ist... Wow. Wir klären das noch. Ich überrede dich schon noch. Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, liebe Leute. Wir sehen uns spätestens bei dem Video, was morgen hochkommt, wie ihr klingelt. Hochkommt. Oh Mann. Das war so schlecht. Ja, das war wirklich schlecht, aber egal. Nee, ihr hört uns wahrscheinlich morgen in dem Video, was denn hochgeladen wird und die anderen Videos die Woche auch. Da geht es erstmal schön wieder bei Kingdom Hearts los. Es wird einige Lacher geben, auf jeden Fall, weil wir haben uns nach langer Zeit mal wieder richtig analysiert, was das Aufnehmen anging und ja, ansonsten verabschieden wir uns für heute Abend, gönnen uns noch ein paar ruhige Minuten, bevor wir wieder fennen müssen, außer Nana, die muss hochladen. Nein, es ist 20 Uhr 40 und in diesem Moment, wo das Video jetzt hochlädt, oder gleich hochlädt, werde ich da unten auf dem Boden sitzen, Sit-ups machen, Liegestütze und dann werde ich duschen, gehe nochmal Haare, Haare, Waschen und ich sitze wohl in meinem Zimmer und spiele Isaac. Nice. Naja, egal. Auf jeden Fall. Unten in der Videobeschreibung findet ihr noch alles Mögliche, was ihr denn so wissen müsstest, Twitter, Demianart-Account, etc. Pp. Bestimmt nicht. Und ja, ansonsten. Bestimmt nicht. Du wirst ein oller Schnacker. Auf jeden Fall. Wir sehen uns, liebe Leute. Die Freudentropfen verabschieden sich für heute. Und dann bis zum nächsten Video. Tschü tschü. Tschü tschü tschü, tschü tschü.